Hi, schön, dass ihr bei meinem neuen Video dabei seid, in dem ich euch zeige, wie ihr schnell und einfach diesen leckeren Chai Latte mit Karamell zubereitet. Und dafür verwende ich Milch, Wasser, Sahne-Karamell-Bonbons und an Gewürzen habe ich hier Zimt, Kardamom, Nelken, Ingwer und etwas Pfeffer. Ich gebe nun alle Zutaten in den Mixtopf rein, bis auf die Bonbons, die kommen gleich. Stelle 10 Minuten, 90 Grad und die Stufe 2 ein und dann in den letzten drei Minuten kommen die Bonbons dann hinzu. Die schmelzen in der heißen Flüssigkeit. Jetzt wird die Milch nur noch aufgeschäumt für 20 Sekunden, stufenweise von 4 bis 8. Und dann nehmt ihr euch zwei Gläser und füllt den heißen Chai Latte dort hinein und ihr könnt ihn direkt servieren. Der Chai Latte ist super würzig und durch die Karamell-Bonbons bekommt ihr eine schöne Karamellnote. Ein tolles Getränk, das ihr ganz einfach zubereiten könnt. Klickt jetzt hier links unten und ihr könnt das Rezept mit den Mengenangaben nochmal nachlesen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Vanni.